Also, ich fang jetzt mit Purch an, Jungs, es wäre kein Silence. Ja, die haben Nature. Oh, die sind von Faraboy. Geht's los? Ja. Frost. Frostbog. Die Stecken hier oben, beide. Frostbog kommt. Albatro geht ja zu low, Albatro unter Hälfte. Kommt zurückgedackelt. Geler gepurcht. Ich hab mega Trouble. Ich hab lag. Ist okay, Frost an der Seite. Frost ist halt das Gift. Ich glänze das. Gäbe ich nicht oben einfach. Aber Trost ist wieder drin auf uns. Der Hauk hat seinen Börst auf mich, glaub ich ne mal Resi. Frost ist reingeblickt, ist da an. Frost kriegt Kombo. Full Kombo. Jetzt gestalkert. Frostbog meiner E. Reicht nicht. Ich schieße jetzt Albatro, Albatro kommt extrem laut zurück. Hab nix für den. Nein. Ich geb ihm noch Bomber mit. Kommt ein bisschen back. Cross aufführer. Albatro kommt wieder hoch. Frost zu meiner E. Mit Frostbog ist da. 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 Nevermind hat er nicht. Oh Gott, der Zock. Nice. Der Crossbog rennt hier oben rum. Ich bin disabled. Crossbog meiner Guardian. Crossbog Bomber. Ich geh mit dem Frost. Die wieder gepurcht. Frostbog hat nur noch Eisblock, glaub ich. Hat n Gift. Hat jetzt gar nix mehr. Ich mach n Poison drauf. Ist dead. Frostbog, Frostbog immer noch. Frostbog ist da. Frostbog kommt zurück. Frostbog, Frostbog ist da. Ich hab keine Blinge mehr, glaub ich. Ich geh den Cap. Wir können nicht so nachschlesen. Frostbog ist da. Erstere Fight wir können nicht so nachschlesen. Ich hab nichts ab, ich hab den Cap. Jojojo. Geh euch auf den Tag damit dass ich nicht rampen kann hier der Bastard. Ich geb Deathscary-Wars. Piercebog kriegt kaum von mir. Bomb ist drauf. Er gap jetzt unten. ja zurückführer die schaden dem beine sind es wird sollten wenn wir nicht in ost er den was ist noch oben der healer ist mittendrin ich bin auf der koppel ich hab dich zack probiert und folgen aus albatro das war noch mal ich schon bitte ich hole kommt wieder hoch das ratten alter ich kann nicht ja ja wir kriegen und ich habe alles gut da kommt auch der rest nach unten jungs da ist oben liegen noch gifte falls einer brauchen ich lasse die leiche drinnen die können wir noch um glaube ich oder was machen wir ja jetzt gehen da oben die sind alle top der ist glaube ich direkt rein naja frost gestanden was er eben raus das bomben wir wollen mich abreden trotzdem noch mal hier sind alles drauf macht den weiter die machen weiter albatro kriegt noch mal kommt wir müssen bald mal irgendwas machen das war doch nicht so groß groß mit mir und ich bin tot ach wir lassen uns dazu zurück drängen die jungs comeback comeback das ist scheiße das ist scheiße geht mal raus ihr macht wieder keine gute kommen auf irgendwas wir lassen es einfach kommt ja wir lassen uns komplett zurücktreiben stehe ich an der wand und ich bin doch nicht viel jungs jungs ich nehm zeit uns rein wir ficken jetzt gleich ein tage wieder weg weil das andere klappt nicht ihr kriegt euren damage nicht fokussiert wir backpatteln hat einfach komplett bis wir der wand stehen und dann wundern wir uns warum wir dann auf einmal kapieren die haben den fack gegen nature warum schafft nichts zu klappen ja weil alles von der damage gespültet wird und schnell go 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 brauchst noch gar keine aim die haben harte packung kassiert crossbow ist extrem laut ich kann nicht hinterher mag auch nicht frost hat das krecht kommt was du mal auf ich habe es ja er hat bekommen ich habe das ehemal was aber kurs von pierce was wir da vorne hat aber auch die trotz 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 das ist auch vom papier weil ein kopf von der karte kann sich als block ich kann da nicht stehen du solltest du auch nicht stehen ja außer jetzt vogel wir wollen nicht crossbow crossbow weiter crossbow weiter der rest hochgehen pass auf marco das gewagt noch mal bombe und pierce das war extrem was ich bereit für meinen harten törner für frost vorne kommt nach vorne ich bin disabled ich glänze ich mag vor sich auseinander wir brauchen drinnen gibt noch oft hier stand und auf albatro hatten wir von marco war drückt die e und dann nicht rocker falls das kommt auf dir crossbow in meiner e crossbow crossbow kein eisbock mehr ruf mehr kriegt pierce gestunt hat ein gift ja sehr gut frost vorne frost gesilenced ok ist weggeblinkt gibt amatro gestunt gibt dem tank einmal kommt sag sie vorsicht ne und deshalb müssen auch fast dass wir nicht klanten dieser e-purchser bastard das gleiche hier kommt hier genau ich habe auch nicht so viel Ja, kommt mal ein bisschen zurück. Pass auf, Axi. Da wird zwar Druidrop laufen, aber ich habe nicht so viel Mana. Das ist ein Problem. Okay, jetzt habe ich wieder Mana. Nevermind. Wieder Mana. Okay, jetzt Albatro mich gefällt. Albatro? Weiter Albatro machen. Albatro Bomber, Pierce. Komm nicht rein an ihm. Crossbow so nach oben. Crossbow Claryk raus. Pierce auf dem Tank. Die gehen hoch. Die gehen top. Die gehen top. Nein, die rennen wieder um. Gifts. Hier sind noch Gifte drin. Nein, dann brauchen wir ihn. Nimm mich, nimm mich, nimm mich nicht. Feucht gekommen, ne? Bin auf Albatro. Albatro hat wieder Pierce. Crossbow mitten in meiner E. Gift auf Deadstroke. I'm in trouble. Ich spam dich. Healer ist mittendrin. Frost gesilenced. Frost vorne gesilenced. Frost vorne gesilenced. Frost vorne gesilenced. Hier bin ein paar Qs. Gift. Marco Bombe. Crossbow offensiv. Steht in meiner E. Crossbow Pierce. Bombe. Gestand. Crossbow aus. Ich bin jetzt auf der Crossbow drauf. Ausgeblinkt. Ich bin jetzt auf mich von der Ladung. Kaffee. Crossbow kriegt wieder Comp. Albatro hinten gestunnt. Marco, wo stehst du? Crossbow hat keine Defense jetzt mehr. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Ich muss gleich mal einen Crossbow gasen dann. Ich muss auch mal auf den Router warten. Ich hab... Der Healer ist mittendrin. Ja, aber Crossbow ist keine Deaths. Crossbow keine Deaths. Wir sind alle, wir sind alle gerade ein bisschen... Ja, wir müssen Pressure mal, sonst stemmen wir gerade. Wir haben jetzt alle meine E. Crossbow, 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 crossbow. Ich kann hier sterben. Ich kann sterben, ich kann sterben. Ich lebe dich. Boah, ist auch die E. Holy shit. Frost gestand vorne. Die sind auf mir, die sind auf mir. Ich hab nix, ich hab nix, ich hab nix. Frost zu meiner E. Wir müssen Crossbow pressuren. Careful, Marco. Ich hab Crossbow, 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 Crossbow. Komm runter, komm runter, komm runter. Mann, wir müssen die schneller töten. Ich geh einfach um nach ner fucking Stunde. Was dreimen wir denn hier? Wir haben fucking Date und Stain einfach. Wie können wir die nicht töten? Ich rass wirklich nicht. Wir müssen besser unsere Dings fahren. Das kann doch nicht sein. Das ist ein fucking nature. Wollen wir schnell aufgehen, oder? Ja, denk schon. Ja, ich hab mal auch. Das ist ein schön. Das ist ein schön, ja. Das bringt ja nichts mehr Zeit vor Laufen gegen Faust. Die sind halt noch nicht alle, die diese Weile haben. Ja, aber ich, Digger, ich hab vor 180 Leben gehabt. So, lass unten antäuschen. Das ist noch rumrum. So. Jetzt bitte lasst euch nicht wieder direkt in die Ecke hier drücken, ne? Ihr müsst auch rein drücken, ihr müsst Pressure machen. Ich bin auf dem Crossbow. Ich hab noch keine Resilien. Jetzt haltet mal eure Dings bereit, ne? Crossbow Bomber. Ja, ich bin ready. Cloud 4. Ich hab mich direkt gepatcht, der Bastard. Der kommt noch nicht, das ist noch nicht unsere Deathrouter jetzt. Nicht unsere Burstrouter. Ich pierce den Deathgiver. Ich hab jetzt gleich wieder Combo ab. Eisblock. Jetzt kommt vor, vor, vor auf den Heel, vor auf den Heel. Heels gestunnt, gesilenced. Okay. Ihr lauft nur nach hinten. Ihr lauft nur nach hinten. Ihr lauft nur nach hinten. Ich versteh's halt auch wirklich nicht. Alle rennen einfach zu mir hin nach hinten. Und da stehen wir auf einem Haufen. Leute. Ich weiß es nicht. Wir verlieren das, wenn wir das zu spielen. Holy shit, hört doch auf damit. Warum macht ihr das denn? Ich weiß es nicht. Wir haben so viel Angst, irgendwie. Ja, wir haben zu viel Angst vor denen. Wir wollen jetzt mal ein harten Go machen, Jungs. Ihr seid immer nur dabei, irgendwie auf die Crossbowen E uns abzufeuern. Der hat einen Eisblock. Jedes Mal. Kein Eisblock jetzt. Also wenn wir die ganze Zeit umstellen, verlieren wir das halt einfach. Holy shit. Ja, K. Ich spar halt die ganze Zeit meine Orota. Deswegen. Ja. Dann. Wartet bis wir sie. Ja, dann spar sie auf. Aber dann muss sie auch fliegen, wenn wir sie brauchen. Keine Ahnung. So. Okay. Let's go. Ah, ich spiel jetzt mit Eye of Secret. Keine Ahnung. Wir stemmen so oder so auf nichts. Und jetzt wieder top. Und top, 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 top. Der Fros steht halt im Pocket, ne? Also geht nicht zu einem Rand dran. Ja, dann geht doch einfach vom Rand da weg und dann. Ja, dann müssen wir halt auch wieder nach oben kalten. Das war der Grund, warum ich da umschlangen. So, der kommt hier oben hin. Alle zusammen aber jetzt. Marco, bleib doch stehen. Ich muss euch heilen. So. Ach, der feite ist schon, wie das so es war. Und jetzt unten auf den Frost. Kommt durch auf den Heel, durch auf Heel, mitten und gestand. In meiner Eelen silenced. Die Lanähe. Die Lanä. Die Lanäde, teils,9 Block. In meiner Guardian. Bleibt drin, Herr Gost,9 Rock. Der Abbatus steht neben dir mit Stock O's. Frost, gesund. Weiter rein, weiter rein. Frost, pierced. Interrumped. Wir müssen jetzt ein bisschen hinterher schieben da. Ich hol' du Cap, wir mal heizen weiter, der Rest. Okay. Ich versteh' nicht, warum es so schwer ist, einfach. Wir haben jedes Mal Probleme zwischendurch, wenn... Na, weil ich am Anfang... Der ist voll bis oben hin, falls das so einer mitnehmen will. Ich hab' den Cap auch noch runter, der ist noch lange tot, richtig? Was auch machen, können wir nicht. Du bist halt auch Triple Cap gegen die Eich halten, aber... Na, können wir nicht. Albatro ist hier auf dem Mount, oben. Aber... Der Frost kommt langsam hoch, Jungs. Sag sie, bist du da? Sag sie, komm, scheiß auf den Loot, komm, die kommt. Vorne der Frost, vorne der Frost, vorne der Frost, vorne der Frost, vorne der Frost. Meine Guardian. Hat noch mal Poison drauf, okay, ist rausgeblinkt. Ich hab' Death. Wamm, sie kriegt rein, wann sie kriegt rein. Ich hab' die Backline für den Hard getraded. Der Crossbow kommt rein. Meine E. Wie egal, sind wir uns ruhig. Crossbow reingewinkt. Crossbow Bomber. Crossbow Cleric raus. Ich mach' Safety Eyes Block. Ich mach' das gleich'ne gute Rot-Erfahrung. Ich bin Stalkard, ich brauch' jetzt was. Ich hab' alles ready. Ich lauf' runter. Ich lauf' runter. Was ist in uns drinne? Was ist in uns drinne? Was fickt uns denn? Die suchen one-on-ones. Die haben erst, die haben erst Wamsig total in die Fresse gehauen und danach sind die sofort auf one-on-ones gegangen. Ja, dann haben die doch keinen Schaden mehr, dann müssen wir die da outtrailen. Der Frost blickt in uns rein und chillt da. Die haben den fucking Lager. Ich weiß nicht, was hier abgehen, ne? Langsam. Boah, top, 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 top. Die stehen hier schon alle. Zeigst du's euch da. Gerade kassiert. Ist egal, weiter. Alles gut. Büro halt sich selber und wir haben den Cap. Die stehen halt immer nach unten. Wir können den Cap holen. Lass' direkt die Lagasen. Was anderes geht, glaub' ich, hier nicht. Meine Guardian sind die beiden. Der Heel ist hier unten. Der ist schon rausgeblinkt. Der ist gerade rausgeblinkt. Backline vorne. Frost gestunnt. Frost gesilenced. Der Crossbow hat jetzt alles raus. Ne, klar. Crossbow, jetzt. Okay. Das steht mit unser Guardian. Frost gestunnt. Crossbow hat jetzt wieder full Comp und danach geh' ich als Block. Ah, 10 Sekunden noch. Ist vorbei. Oh man. To den Cap, maybe? Ah, er lässt mich wahrscheinlich nicht. Zeigst du, ich hab' keine Ahnung, wo du bist. Ja, ich bin... Ey, ich versteh' nicht, was hier abgeht. Wir schafften's nicht, die zu töten. Wir töten einen und töten danach einfach keinen mehr. Das ist unfassbar. Wir haben unsere, komm's einfach... Wir haben sie zwei, dreimal sauber gefahren und danach wird einfach...